Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Heute geht es wieder rein mit einem Charakter, den ich noch nicht gemocht habe und zwar... Nee. Ist das Mom? Das Mom, ne? Hm. Komm, wir schließen heute Azazel ab. Azazel. Eugh. Eugh. So, so, gut. Schlüssel ist schon mal da. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Okay. Mhm. Tschüss, Nikoski. Und dann gibt es mir die Dauer hit. So. Nope. Widergates. Hm. Die Blaue Map. Hm. 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 Okay. Gar nicht mal so viel los, wie ich dachte. Und wo ist hier... Hallo, Goldräume? Was ist da los? Und wo könnte denn... der Secret Room sein? Nein. Juck. Okay, meiner Meinung nach ist beides ziemlich Müll. Tja, dann äh, doch nicht, ne? Sehr gut. So, Boosted Pack, was haben wir denn? Two of Spades, Clown, ne, nö, weil das war Müll. Naja. Oh, 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 das war dumm, das war ja dumm, das war richtig dumm, das war sowieso, äh. Tja, machen wir die erste Ebene nochmal. Mhm. Jo. Gut. Gut, 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 gut. Gut. Aber hätte das sein müssen, warum denn, äh, naja. Gut. Gut. Alles klar, das, äh, sieht doch bis jetzt ganz okay aus, so. Ähm, Entschuldigung, ähm. Ja, nicht gar, ja, 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 sehr gut. Genau das war mein Plan. Was ist das? Oh, gut, ja, dann lass uns das mal mitnehmen. Mhm, 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 mhm. Mom, der hat mir Weh getan. Ja. Ja. Weh. Mhm. ...our energy. Okay, okay, okay. Hmm. Okay, wir probieren es aus. Ich möchte gerne die Map haben. Sehr gut. Oh. Oh ja. Was haben wir? TSA? Oh ja. Das ist ein Los. So, weiter geht's. Attacke, Hü. Wir können nicht stehen bleiben. Wir müssen immer weiter. Bam, 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 bam. Achso. Ja, okay. Entschuldigung, wo kommen sie denn her? Nein. Oh nein. Och, Menno. Oh, sehr gut. Schwenk, schwenk, schwenk. Bisschen Geld eingesammelt. Sehr gut. Dann können wir hier mal weitergehen. Hallo. Duplo... Aha. Okay, bevor wir in... Bevor wir zum Boss gehen, sollten wir auf jeden Fall einmal Duplobsen uns irgendwie taken. Sag mal. Okay. Okay, das ist gut. Das ist, glaube ich, auch gut. Already. Damit nehmen wir mal Duplobsen mit. 72-prozentige Chance, dass wir einen Devil-Deal bekommen. Das finde ich sehr stark. Okay. 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 Und... Okay. Okay. Und... und da... Die sterben? Sehr gut. Vielleicht kriegen wir gleich einen HP ab, das wäre cool. Perfekt. Nope. Ich krieg dich, du Lümmel. So. Ein HP ab, bitte. Ja, nein. Aber okay. Rango ist auch natürlich ausgezeichnet mit Azazel. Aber dürfte auch ein bisschen mehr sein. Also ich bin jetzt nicht überwältigt. Es ist okay, aber nicht überwältigend. Keine Panik, wir können uns das leisten. Wir gehen jetzt einmal zum Shop. Und in dem Shop holen wir uns die Bombe. So, so, so. Wieder mit wahr. Wieder mit wahr. Alrighty. Ja, 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 ja. Ey. Wieso ist das nicht fest? So. Moshpit? Äh, ja. Hello. Schlüssel haben wir genug, da kann ich mal hier reingehen. Moin. Oh. Stark. Das hätte nicht sein müssen, aber gut. Save Damage, aber, Alter. Nächster. Nächster. Äh, gut, 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 gut. Gut. Ah. 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 Ich überlege noch, ich überlege noch, ich überlege noch. Oh ne, es ist Gideon, oder? Es ist Gideon. Oh, ich hasse es, Gideon. Äh, Gideon ist so doof. Es ist jetzt nicht Gideon, hey, hallo. Oh. Okay. Ich tue es. Pass auf. So. So. Und jetzt glaube ich, genau, die nächste müsste dann zwei Items sein oder was? Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oh, da wollte ich gar nicht hören. Okay. Tschüss. War schön mit euch. Mit Petrofile Poop soll ich vielleicht auch die Poops kaputt machen. Ah, nochmal vier Cent rausgeholt. Ja, ja, ja. Na, hier. Vier Cent haben oder nicht haben. So, weiter geht's. So, so, so. Ja, das ist okay. Hätte mich jetzt auch gewundert. Libra ist immer so ein Ding. Wir warten noch. Wir warten noch. Vielleicht. Ja, okay. Das nehmen wir mit. Save. Ist ja mega, Alter. Mit, äh, mit 8-Ball. 8-Ball erhöht, glaube ich, auch noch mal irgendwie die Chance. Ah, gutes Setup, ey. Das könnte was werden. Das Einzige ist, äh, wir hätten auch gerne einen Secret Room. Und wenn ich den Secret Room habe, möchte ich da drin bitte einmal... Was bringt mir das? Aua. Okay, gar nichts. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Okay. Augen zu heißt... So. Okay, wer Gideon? Gideon. Hallo Gideon. Ach ja. So. Ja, äh, äh, äh. Uh, gefährlich, gefährlich. Alles cool. Mhm, 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 mhm. Das ist ja Müll. Enemies can hit each other. Wieso würde ich jetzt da zur Endfight hängen? Nee, ja. So. Äh. Wir haben jetzt eine Chance in... Ah, es hat gereicht. Uh. So. Oh. Ich hab gedacht. Ich hab gedacht, es reicht. Äh. Oh. Warte mal, wir fehlen... Da hab ich einen Raum vergessen. Oh, ich hab einen Raum. Oh. Gut. Das ist... Das ist safe. Äh. Dann lass uns noch mal... Hier. Oh, sehr gut. Stats... Stats up ist jetzt einfach nur noch 10 von 10. Attacke, Hü. Wir schaffen das. Wo ist eigentlich mein Mobiltelefon? Weg. Okay. Wir können fliegen. Oh, ja. Azazel kann fliegen. Das hab ich hier ganz vergessen. Das heißt, Mutti kann mich mal. Geile Nummer. Ja, ja, ja. Das muss so bitter sein, ja. Ja. Gut. Komm, lass uns mal hier ein bisschen. Schön. Bombastisch. Ja, das reicht jetzt auch. 48 Hours Energy. Das nehme ich einfach mal mit, zur Sicherheit. Wer weiß, was kommt. Die Pille setze ich einmal ein. Friends till the end, ausgezeichnet. Und dann können wir weiter gehen. Dann geht's weiter. Weiter geht's dann. So, so, so. Links, rechts, oben, unten. Ich schabe, keine Ahnung. Oh, ich sollte vielleicht aufpassen. Ja, ja, ja. Okay, einfach mal was ausprobieren. Und zwar den hier. Gut. Oh, ausges... Ja, sehr gut. Gut. Na, gut. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Damage. Au. Au. Äh. Nee. 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 Okay. Okay, ist... Aber der... Nee, ich kann es nicht... Scheiße. Was hast du? Äh. Okay. Und 40-prozentige... Uh. Toll, jetzt muss ich ja auf jeden Fall einen Schlüssel schon mal aufbewahren. Alles andere wäre auch merkwürdig gewesen. So, und hier ist jetzt Planet... Ich bin schockiert. Wieso will die Musik eigentlich immer aufdrehen? Das ist doch doof. Okay. Nee, das lasse ich jetzt auch. Uh. Du Visa-Mixer. Also... Also bitte. Oh, Sol. Oh, nice. Bisschen spät, aber... Nice. Keep my soul hot. Okay. Keep my soul hot. Okay. Sehr gut. Neeeah. Au. Okay. Äh. Ja. Nee. Klingt mir das überhaupt... Nee, weiß ich gar nicht. Korps. Nö. Nö. Nein. Äh. 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 Bleiben Sie stehen. Machen Sie nichts. Äh. Äh. Hmm. Okay. Oh ja, Upside. Oh. Ich habe nicht dran gedacht, so ein Mist. Oh ja, Upside. Okay, ich habe ein Problem. Ich habe ein hartes Problem. Ich habe ein hartes Problem. Ja, schade. Ich würde sagen... Was? Ich habe ein hartes Problem. Ich habe ein hartes Problem. Ich habe ein hartes Problem. Soll ich es machen, Leute? Okay, okay. Pass auf, pass auf. Wir machen erstmal den hier. Wir bekommen Bullshit. Machen wir den hier. Oh mein Gott. Das hat mich gerettet, oder? Das hat mich gerettet, oder? Die Krone ist geblieben. Ja. Take what you want, Allah. Take what you want, Allah. The devil. And we'll see you later. Das könnte uns jetzt hier vielleicht... Och, Digi, komm schon. Warum? Warum habe ich denn jetzt Schaden bekommen? Lass das jetzt. Lass das jetzt. Oh mein Gott. Oh Gott. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Ausgezeichneter Dauer an. Hat mich am Ende doch nicht mehr gerettet, so wie ich dachte. Aber gut. Dann würde ich erst einmal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. The Binding of Isaac Repentance. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl und ciao, ciao.